Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Donnerstagabend, 19 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zu unserem Aiondo Social Trading Webinar. Mein Name ist Tom Neski. Ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ja, warum soll es gehen? Ich möchte euch die Möglichkeiten des Social Tradings vorstellen. Auf der einen Seite natürlich die Möglichkeiten, die ihr hier als Trader bei uns auf der Handelsplattform von Aiondo habt. Auf der anderen Seite euch natürlich die Möglichkeiten aufzeigen, die ihr als Follower habt. Das heißt, wie könnt ihr von unseren Top-Tradern hier auf Aiondo profitieren. Und dementsprechend möchte ich euch natürlich auch zeigen, wie einfach es sein kann, dementsprechend ein Portfolio aufzubauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die über die Chat-Funktion stellen. Die werde ich dann im Anschluss bearbeiten. Ich sehe, ich habe hier vom Thomas schon eine Nachricht mit drin. Da gehen wir natürlich jetzt gleich drauf ein. Und wie gesagt, wir starten jetzt im ersten Part mit den Möglichkeiten, die ihr hier als Trader habt. Und das funktioniert ganz einfach. Wir schauen uns das mal anhand unserer Website an, die ihr hier ja auch schon seht. So funktioniert es. Und da schauen wir uns den Part Trading Karriere starten an. Ihr seht schon richtig, hier bei Aiondo durchlauft ja eine Trading Karriere. Insgesamt haben wir fünf Karriere Level. Ihr seht, wir haben hier oben jetzt auch ein kleines Video für euch bereitgestellt, wo ihr euch dann anschauen könnt, wie die einzelnen Trading Karriere Stufen hier aussehen. Die wollen wir uns jetzt zusammen aber mal etwas genauer mit anschauen, weil wie ihr hier seht, sind an jede Trading Karriere Stufe natürlich auch gewisse Prüfbedingungen geknüpft, die von euch erfüllt werden müssen, um dementsprechend hier in der Trading Karriere weiter nach oben zu steigen. So, wir fangen mal an mit dem Niveau des Tree Traders. Da fängt praktisch eure Trading Karriere hier als neuer Trader bei Aiondo an. Und ihr seht, die erste Prüfbedingung ist immer ein gewisses Zeitfenster. Das heißt, die Karrierestufe des Tree Traders umfasst hier genau 30 Tage, um dementsprechend in das nächste Karriere Level, unser Advanced Level aufzusteigen. Und in diesen 30 Tagen müssen natürlich die bestimmten Prüfkriterien dann erfüllt sein. Das erste ist dann noch eine Anzahl an gewissen Trades. Fünf Round Trades müssen in dieser Karrierestufe abgeschlossen sein. Das heißt, ihr müsst fünf Trades eröffnen und geschlossen haben, um dementsprechend die Bedingungen zu führen. Die nächste Prüfbedingung zieht sich wie ein roter Faden hier bei uns durch. Das ist unser maximales Drawdown. Und das darf nicht größer als 25 Prozent sein. Was bedeutet maximales Drawdown? Nichts anderes als eine Verlustphase. Natürlich verlaufen nicht alle Karriere und Strategien hier erfolgreich. Und natürlich gibt es immer wieder Verlustphasen. Und diese Verlustphasen sollten natürlich so gering wie möglich sein. Wir haben hier maximal 25 Prozent als Maßstab angesetzt. Und da solltet ihr auch von Anfang an durch ein geschicktes Risk- und Money-Management darauf achten, diese 25 Prozent nicht zu überschreiten. Wenn es dazu kommt, dass diese Marke hier überschritten wird, dann ist in der jeweiligen Trading-Karrierestufe, in der ihr euch befindet, dann auch eure Karriere beendet. Das heißt, ihr könnt zwar weiter treten, habt aber nicht die Möglichkeit, hier in den weiteren Karriereleveln weiter aufzusteigen. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil ihr natürlich dementsprechend hier noch entlohnt werdet. Ja, die Gesamtperformance, das ist klar, die sollte nicht negativ sein. Das heißt, ihr müsst eine positive Gesamtperformance dementsprechend hier generieren. Und wir haben für die Periode des Tree-Traders mindestens 0,5 Prozent Rendite hier veranschlagt, die von euch realisiert werden muss, um dementsprechend die Prüfbedingungen erfüllt zu haben, hier insnächst in unser Advanced-Level aufzusteigen. Ja, der eine oder andere mag sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum soll ich das überhaupt machen? Warum soll ich hier bei Aiondo überhaupt handeln? Ganz einfach, ihr habt hier als Trainer die Möglichkeit, euch einen sogenannten Track-Record aufzubauen. Mittels dieses Track-Records, das ist wie ein Qualitätssiegel, könnt ihr euch natürlich Follower generieren. Das heißt, Leute, die eure Handelsstrategie kopieren, das heißt, auf ihren Handelskonten eure Handelssignale mit ausführen lassen. Und wenn das so ist, dann erhaltet ihr natürlich zusätzlich einen Geldbetrag, das heißt, ein US-Dollar pro generierten Lot erhaltet ihr zusätzlich zu eurem Trading, das ihr hier auf eurem eigenen Handelskonto erwirtschaftet. Ihr könnt als Trader hier auswählen, ob ihr auf einem Demo- oder auf einem Real-Money-Konto unterwegs sein sollt, und dementsprechend natürlich euch dann damit diesen Track-Record mit aufbauen. So, das waren, wie gesagt, die Prüfbedingungen unseres ersten Karriere-Levels. Wenn ihr also in den ersten 30 Tagen mindestens 5 Trades gemacht habt, euer Drawdown nicht größer als 25% ist und ihr mindestens eine positive Rendite von einem halben Prozent erwirtschaftet habt, dann habt ihr es auch schon geschafft. Dann geht es in unser sogenanntes Advanced-Level. Das überspringen wir jetzt aufgrund der Zeit, das könnt ihr euch gerne selber nochmal anschauen. Wir schauen uns jetzt mal hier unser Professional-Level, unser drittes Karriere-Level an und gucken uns mal dort die Prüfungen an. Ja, die Karrierestufen des Professional-Level, da sieht man schon um fast schon 90 Tage, also schon ein etwas längerer Zeitraum. In diesen 90 Tagen müsst ihr mindestens 10 Round-Trades machen, also überall die gleichen Prüfbedingungen und ihr solltet keine Handelspause von mehr als 30 Tagen hier haben. Also ihr könnt natürlich ganz normal auch mal Urlaub machen, aussetzen, aber die Handelspause von 30 Tagen, die sollte hier nicht überschritten werden. Das maximale Drawdown, das hatten wir angesprochen, das finden wir in jeder Karrierestufe, darf die 25% nicht überschreiten. Die Performance, die muss positiv sein und wir haben als Benchmark für den Professional-Trader dann eine Rendite von 1,5% angesetzt, die von euch erwirtschaftet werden muss, um dementsprechend dann hier in der Karriere-Leiter weiter nach oben zu steigen. Ja und ihr seht jetzt auch schon eure Mühe, die wird hier belohnt. Im dritten Karriere-Level erhaltet ihr dann auch schon 3 US-Dollar pro generierten Lot von euren Followern und ich werde euch gleich einige Track-Records zeigen, einige Händler, Trader, die hier bei uns unterwegs sind, wie viel man sich mit einem guten Track-Record schon an Followern aufbauen kann, wenn man dementsprechend hier vernünftig arbeitet, ein tolles Ergebnis erwirtschaftet, dann lohnt sich das Ganze natürlich auch hier und wie gesagt, die Zeitfenster, die sind ja nicht wirklich hier sehr, sehr groß. So, also habt ihr dann die Prüfbedingungen hier auch des Professional-Levels erfüllt, dann geht es weiter in unser Risk-Adjusted, wir machen wieder einen kleinen Sprung, wir gehen gleich in unser sogenanntes Institutional-Level, unser fünftes Karriere-Level, unseren sogenannten Olymp der Trader. Warum Olymp der Trader? Weil wir hier schon über ein Zeitfenster von einem Jahr sprechen, 365 Tage, seid ihr zu diesem Zeitfenster hier schon mit dabei und hier gilt natürlich gleiches von den Prüfbedingungen, eine gewisse Anzahl an Trades, in diesem Fall mindestens 30 Trades, die von euch absolviert sein müssen. Die Handelspause von 30 Tagen darf nicht überschritten werden. Natürlich bleibt auch hier gleich maximales Drawdown von 25% darf nicht überschritten werden. Genauso sollte natürlich auch die Gesamtperformance positiv sein. Ja, und bei der Rendite haben wir uns einfach mal so an klassischen institutionellen Vorgaben orientiert, an einer Benchmark von 6%. Ist ja immer so die Zielmarke, die sich Fondsgesellschaften, Banken, Vermögensverwaltungen in guten Börsenjahren stellen. Die haben wir hier auch einfach mal als Benchmark, als Vergleichsmarke mit aufgerufen. Aber ihr werdet sehen, wenn ich euch die Profile unserer Top-Trader zeige, sind die natürlich in der Lage, deutlich mehr als diese 6% hier zu erwirtschaften. Ja, und natürlich hier wird eure Mühe aufbelohnt, wenn ihr hier mehr als ein Jahr mit dabei seid, euch ins fünfte Karriere-Level nach oben gearbeitet habt, seht ihr schon, verdient ihr natürlich auch am meisten. In diesem Fall fünftes Karriere-Level bedeutet da natürlich 5 US-Dollar pro generierten Lot und dementsprechend kommt da natürlich schon einiges zusammen. Ja, das waren also die Möglichkeiten, die ihr hier als Trader habt, euch im Rahmen einer Trading-Karriere einen sogenannten Track-Record aufzubauen. Und wir wollen uns jetzt an dieser Stelle natürlich mal anschauen, und das ist natürlich jetzt auch für die Follower ganz interessant, wo finde ich denn diese Top-Trader? Und vor allen Dingen wollen wir uns dann mal die Track-Records mit anschauen, welche Informationen kann ich dann dementsprechend aus diesen Track-Records zu sehen. Das sehen wir ganz einfach. Hier oben in unserer Navigationsleiste haben wir den Bereich Top-Trader finden und da haben wir natürlich als ersten Bereich dann gleich diesen Top-Trader und den rufen wir uns an dieser Stelle mal auf und dann kommen wir in einen sogenannten Ranglisten-Konfigurator. Da sehen wir hier schon aufgelistet, dementsprechend unsere einzelnen Trader mit ersten Informationen. Sehen hier sofort die Person oder den Avatar dazu. Sehen wir, in welcher Karrierestufe sie sich befinden. Hier sehen wir, das sind die Karrierestufen, die ich eben mit euch durchgesprochen habe. Viertes Karriere-Level. Wann wurde der letzte Trade gemacht? Wie sieht der aktuelle Gewinn aus? Und da sieht man schon hier fast 59 Prozent. Ja, und das ist die Kennzahl, die ihr hier wirklich im Blickpunkt haben müsst. Hier ist es schon ein bisschen knapp gewesen mit 24 Prozent. Denkt dran, 25 Prozent war das maximale Drawdown. Ja, und man sieht natürlich, was gute Trader hier mit einer guten Performance sich an Followern aufbauen können. Hier über 1.399 Follower. Auch Mr. DAX hier die Nummer 2, 1.138. King King 939 Follower. Das lohnt natürlich wirklich schon, weil ihr partizipiert natürlich an diesen Followern hier 1 zu 1 mit dabei. Mal euer jeweiliges Karriere-Level. Hier, die befinden sich alle im vierten Karriere-Level. Dann 4 US-Dollar pro generierten Lot. Gibt es natürlich da noch als zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Und das Ganze macht natürlich auch schon Spaß. Und man sieht hier hinten dann auch die Charts unserer Trader. Ja, aber zur Maske zurück. Ihr habt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ihr seht, diese Trader, die haben hier ein orangefarbenes R. Das sind unsere sogenannten Real-Money-Trader, die hier natürlich speziell gekennzeichnet sind. Das heißt, die sind hier wirklich auf realen Konten, auf Live-Konten unterwegs mit dieser entsprechenden Performance. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, nach Märkten zu selektieren, auch nach einem Zeitraum zu selektieren. Wir haben jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr rum. Das heißt, ich kann jetzt hier sechs Monate einstellen. Hier oben sehen wir auch die verschiedenen Karriere-Status. Ich habe jetzt nur die dritte, vierte und fünfte Stufe ausgewählt. Das empfehle ich auch praktisch unseren Followern immer, sich hier Trader erst ab dem dritten Karriere-Level mit auszusuchen, die natürlich hier über eine längere Zeit schon bewiesen haben, dass sie hier erfolgreich an den Finanzmärkten agieren können. Könnt hier auch noch wählen nach Virtual-Tradern, also Leuten, die auf einem Demo-Konto oder aber auf einem Live-Konto unterwegs sind. Und ihr habt des Weiteren noch die Möglichkeit einer Detailsuche. Das heißt, ihr könnt hier natürlich noch mal ganz genau einstellen, nach was ihr suchen sollt. Ihr könnt hier ein Häkchen setzen. Das heißt, mich interessieren nur Trader, die sagen wir mal in den letzten sechs Monaten mehr als 10% Performance gemacht haben. Könnt ihr dann hier mit dem Drehregler einstellen. Das maximale Drawdown soll vielleicht nicht mehr als 15% betragen. Kann man dann dementsprechend hier auch mit einstellen. Die Volatilität, die Schwankungen in einem Portfolio können wir mit einzahlen. Sharp-Ratio, M-Ratio sind klassische Portfolio-Kennzahlen. Das heißt, ihr habt hier eine Menge Möglichkeiten der Selektion. Wenn ihr alle Auswahlen getroffen habt, geht ihr hier oben einfach auf Zeigen und dann werden euch die Trader hier angezeigt und dann natürlich auch mit der Performance jetzt aktuell der letzten sechs Monate. Ja, und dann können wir uns jetzt an dieser Stelle, wenn ihr hier eine Erstauswahl getroffen habt, natürlich schon mal diese Trader anschauen. Ich habe ja über die Track-Records gesprochen und wenn wir hier einfach mal reingehen in die Track-Records, da sehen wir natürlich, ich klicke jetzt einfach den Namen an, dann sehen wir noch deutlich mehr Informationen. Wir sehen dieser Trader hier, der Stefan Risse, der ist ja hier auch bei uns als Coach mit unterwegs. Der macht ja hier auch Webinare bei uns. Mehr als zehn Jahre Handelserfahrung seit September 2014 hier bei uns mit dabei. Seitdem ist er auch hier am Tränen und da sehen wir natürlich schon eine sehr, sehr schöne Performance hier aufgebaut. Fast 59 Prozent hier seit September des letzten Jahres. Also wir sprechen hier noch nicht mal über ein Jahr. Ja, und dementsprechend sich natürlich auch schon eine Menge an Followern mit aufgebaut. Wir sehen das hier oben, 1399 Follower, 291 Trades durchgeführt. Das war ja auch eine der Prüfbedingungen in den Karrierestufen gewesen, eine bestimmte Anzahl der Trades. Wir sehen, unsere Trader liegen hier natürlich deutlich darüber. Ja, und das ist das, was ich unter einem aktiv gemanagten Portfolio verstehe, wirklich von den aktuellen Schwankungen an den Finanzmärkten, egal ob es hoch oder runter geht, kurzfristig zu partizipieren und dementsprechend dann eine deutliche Outperformance zu erzielen. Und das ist ja auch die Idee, die hier hinter Ayondo, hinter dem Social Trading steckt, euch Top-Trader zu präsentieren oder den Top-Tradern die Möglichkeit zu geben, sich hier zu präsentieren bei uns auf der Plattform und auf der anderen Seite natürlich Followern die Möglichkeit zu geben, die vielleicht selber nicht so erfolgreich an den Finanzmärkten agieren oder einfach nicht die Zeit haben, von der Performance dieser Top-Trader zu partizipieren, indem sie einfach diese Handelssignale dann kopieren. Und das geht dann ganz einfach. Wenn ich einen Trader gefunden habe, klicke ich hier einfach auf Folgen und schon habe ich die Handelssignale mit drin. Ja, wir sehen hier unten natürlich auch nochmal so einen kleinen Chart. Das ist die Rendite unseres Traders im Vergleich zu Benchmark. Das ist der DAX 30 Index. Wir sehen, der hat auch gut performt mit 12% in den letzten 6 Monaten, aber wir sehen nichts im Vergleich zu den 59% und das ist hier natürlich schon eine deutliche Outperformance, die unsere Top-Trader an den Tag legen. Wir sehen, da gehört auch mal ein negativer Monat mit dazu, aber sofort natürlich kompensiert. Wir sehen hier unten noch weitere Informationen. Wir haben hier eine sogenannte Asset Allocation, so ein schönes Tortendiagramm. Da sehen wir auch, in welchen Märkten ist dieser Trader unterwegs. Wir sehen hier sehr, sehr breit aufgestellt, in Öl unterwegs, in Gold unterwegs, in den Indizes wie Dow Jones und S&P 500 oder dem DAX 30 unterwegs, aber auch im Forex-Markt, in den Devisenmärkten hier aktiv. Also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt mit seinen Handelsstrategien, hier an den Märkten. Ja, und da sehen wir dann auch nochmal hier so einen Vergleich des Traders zu den Gesamtmärkten. Wie hat der Trader im Vergleich zu den Gesamtmärkten in einem bestimmten Zeitfenster agiert? Also sehr, sehr viele Informationen. Ja, und wenn wir es auf die Spitze treiben wollen, ihr habt sogar die Möglichkeit, dieser Trader hat ja hier 291 Trades gemacht, euch die komplette Transaktionshistorie mit anzuschauen. Da sind wir natürlich hier auch sehr, sehr transparent. Wir können hier Transaktionshistorie auswählen und dann werden hier euch alle 291 Trades, wenn ihr es dann wollt, hier angezeigt, müsst ihr hier unten weiter scrollen zum Erweitern. Dann wäre das hier Ganze auch erweitert und dann seht ihr hier die kompletten 291 Trades. Ihr seht genau, wann ist er in welchen Markt gegangen, mit welcher Stückzahl, wo lagen die Stopkurse, wo war der Exit aus den Positionen, wie hoch war der Gewinn. RPT auch eine ganz interessante Kennzahl. Risk Pro Trade, das heißt, wie hoch war das Risiko für die entsprechenden Trades hier gewesen. Also wirklich alle Informationen, die ihr natürlich auch nachher als Follower braucht, um euch entsprechend den Top Trader herauszusuchen, der für euch interessant ist, findet ihr hier in diesem Track Record und deshalb natürlich als Trader hier auch so wichtig, sich hier einen sehr, sehr schönen Track Record aufzubauen. Nicht nur auf die Performance achten, sondern auch aufs Drawdown achten, auf die Volatilität achten. Die Leute suchen natürlich hier als Follower immer Trader, die eine geringe Schwankung in ihrem Portfolio haben, eine geringe Drawdown haben und natürlich eine schöne Performance haben. Das heißt, ihr könnt euch natürlich hier genau den Trader heraus suchen, der praktisch zu eurem persönlichen Anlagehorizont hier passt. und den dann praktisch in euer Portfolio aufnehmen. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist ja unser dritter Part, über den wir gesprochen haben, bevor wir dann zu den Fragen kommen. Hier sind ja schon ein paar Fragen mit aufgetaucht. Wie stelle ich mir denn jetzt als Follower ein Portfolio zusammen? Das heißt, wir haben die Möglichkeiten des Traders gesehen, haben gesehen, wie man so sich einen Track Record anschaut, welche Informationen wir da rausziehen können. Ja, und dieser Trader, der soll jetzt mal für mich arbeiten praktisch. Und da möchte ich mir mal hier ein Portfolio zusammenstellen. Und das sehen wir hier oben in der Navigation, mein Portfolio. Und da haben wir den ersten Button gleich ein Portfolio zusammenstellen. Und da sehen wir, baut sich dann hier so ein kleines Mini-Portfolio auf. Auf der linken Seite findet ihr alle Trader, die ihr euch praktisch in euren Suchkriterien herausgefiltert habt. Das heißt, nur die, die eure Prüfbedingungen hier erfüllt haben, erscheinen dann hier auch in der Seite. Ja, und die rechte Seite, die ist noch frei. Das ist euer Portfolio. Ja, und jetzt ist es relativ einfach. Jetzt können wir einfach uns eine dieser Personen hier raussuchen. Wir sehen, wenn wir da rauf fahren, wird so ein kleiner Pfeil. Ich klicke den an, ziehe den per Drag & Drop einfach hier in meinem Portfolio. Und schon erscheint dieser Trader dann hier in meinem Portfolio. Gucken wir uns mal an, wie er in den letzten sechs Monaten performt hat. Da sehen wir dann hier auch schon den Chart mit in unserem Portfolio. Ja, und jetzt kommt der Clou natürlich. Ihr seht, hier sind natürlich auch Phasen, wo es mal ein Drawdown gab. Wir haben das ja gesehen. Hier ging es mal zwei Monate so ein bisschen nach unten, wo die Gesamtmärkte auch abgestürzt haben. Ja, und da ist es natürlich toll, wenn man sein Risiko streut, hat sein Risiko diversifiziert. Und wir bieten euch als Follower natürlich nicht nur die Möglichkeit, von den Handelssignalen eines einzelnen Traders zu partizipieren, sondern wir bieten euch die Möglichkeit, ihr seht, der Platz hier oben ist noch viel frei, bis zu fünf Top-Trader zu nehmen. Und das ist einfach ein großer Vorteil. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 5.000 Euro, die ihr hier dementsprechend den Trainern zur Verfügung stellen wollt. Momentan, wenn ihr nur einen Trader ausgewählt habt, würde natürlich dieser eine Trader mit diesen 5.000 Euro handeln. in positiven Marktphasen natürlich sehr, sehr schön, in negativen Marktphasen natürlich nicht so optimal. Deshalb habt ihr hier die Möglichkeit, euch zum Beispiel einen zweiten weiteren Trader einfach mit dazu zu holen. Ihr seht, das Portfolio wächst so langsam an. Und wir sehen hier natürlich dann auch die Performance, dass euer Kapital jetzt gesplittet wird. Das heißt, jetzt erhält jeder dieser Trader 2.500 Euro. Das heißt, ihr habt euer Risiko gesplittet. Und wir sehen in einer Phase, wo der eine Trader vielleicht einen Drawdown, also eine Verlustphase hat, macht der andere Trader Gewinne. Und hier oben die blaue gestrichene Linie, das ist praktisch euer gesamtes Portfolio. Da fällt diese Phase dann deutlich niedriger aus, diese Verlustphase. Ja, und das können wir weiter auf die Spitze treiben. Nehmen hier einfach einen dritten Trader mit dazu. Und wir sehen euer Graph, praktisch euer Gesamtportfolio, das glättet sich deutlich. Der andere Trader hat jetzt in dieser Phase Gewinne gemacht, kompensiert natürlich damit die Verluste eines anderen Traders. Ja, und das Ganze können wir bis auf fünf Trader hier ausweiten. Sehen auch hier die unterschiedlichen Level. Hier haben wir noch einen Real Money Trader, der sich im fünften Karriere Level mit befindet. Den nehme ich natürlich gerne hier noch mit dazu. Und hier haben wir auch noch einen Trader im vierten Karriere Level. So, jetzt habe ich meine fünf Plätze hier ausgewählt. Und wir sehen, doch der anfänglich etwas stärkere Absturz hier im Portfolio wird auf einmal deutlich kompensiert. Wir haben es gesehen, vorher beim Trader fast 20% Drawdown. Hier vom Höchststand gerade mal nochmal 5% zurückgegangen, weil ihr einfach euer Kapital gesplittet habt. Eure 5.000 Euro sind jetzt wahlweise zu 1.000 Euro auf jeden einzelnen dieser Trader aufgesplittet worden. Und natürlich wird damit euer Risiko minimiert. Ja, und das wird dementsprechend hier auch immer angepasst, egal wie viel Kapital ihr hier dementsprechend zur Verfügung stellt. Ihr habt ja bereits die Möglichkeit, ab 100 Euro auch ein Live-Konto mit aufzumachen. Wird dieses Kapital dann halt hier gesplittet. Die Kontrakte werden einfach runtergerechnet. Und dementsprechend könnt ihr auch praktisch mit 100 Euro hier starten. Das ist ja auch die Idee des Social Tradings, es praktisch jedermann möglich zu machen. Und dementsprechend dienen wir hier natürlich auch die Möglichkeit, mit diesem geringen Einstiegskapital dann damit zu partizipieren. Weil jetzt ist es relativ einfach. Ihr habt euch jetzt euer Portfolio an Top-Tradern hier zusammengestellt. Wir sehen hier unten die Entwicklung. Also hätten wir diese sechs Trader, fünf Trader in den letzten sechs Monaten handeln lassen, hätten wir derzeit eine Performance von 18% Rendite gemacht. Wir sprechen, wie gesagt, über ein Zeitfenster von nur sechs Monaten. Also eine sehr, sehr schöne Performance hier am Gesamtmarkt hingelegt. Natürlich deutliche Outperformance im Gesamtmarkt. Und darum geht es uns ja, euch die Möglichkeit zu bieten, eine deutliche Outperformance zu einer Vergleichsbenchmark zu erzielen, eine positive Rendite erzielen und natürlich das bei einem ganz geringen Risiko hier am Markt zu agieren. Ja, jetzt habt ihr hier eure fünf Trader und da unten seht ihr jetzt zwei Buttons. Einmal auf der rechten Seite auf dem Demokonto ausführen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier natürlich kostenlos zu testen. Könnt euch hier ein kleines Portfolio zusammenstellen. Könnt die Trader einfach mal auf einem Demokonto handeln lassen. Weil was passiert, wenn ihr diese Trader jetzt ausgewählt habt und hier die Leute auf einem Demokonto oder Livekonto handeln lasst? Ab diesem Zeitpunkt wird natürlich auf eurem Konto auch sofort eine Position eröffnet, sobald einer Trader diese Position eröffnet. Öffnet zum Beispiel der Herr Risse eine Position in seinem Portfolio, wird diese zum gleichen Kurs auch bei euch im Konto. Natürlich mit einer angepassten Kontraktzahl, also Stückzahl dementsprechend eröffnet und ihr partizipiert eins zu eins dann an der Performance. Funktioniert natürlich bei allen anderen vier Tradern dann genauso. Sobald einer dieser Trader hier eine Position am Markt eröffnet oder schließt, funktioniert das eins zu eins dann auch in eurem Portfolio und ihr partizipiert dann, ohne noch etwas weiteres zu machen, hier von der Performance dieser Trader. Ja, der linke Button, da hatte ich schon angedeutet, funktioniert genauso. Auf einem Livekonto, ab 100 Euro habt ihr die Möglichkeit, hier bei Aiondo das Ganze auch auf einem Livekonto ausführen zu lassen. Da funktioniert es natürlich genauso, sobald jetzt ein Trader eine Position in seinem Portfolio eröffnet, wird diese Position natürlich auch in eurem Portfolio mit eröffnet. Ja, ich hatte es anfangs angesprochen, ihr agiert jetzt ja praktisch als Portfolio-Manager. Es kann jetzt natürlich sein, dass hier ein neuer Trader dazu kommt, den ihr euch herausgepickt habt, den ihr jetzt gerne mit in eurem Portfolio haben möchtet oder ein Trader macht mal Urlaub oder enttäuscht mit seiner Performance, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier das Personalkarussell drehen zu lassen. Ihr seht, wir haben hier oben bei den Tradern so kleine rote Xe. Wenn ich dieses kleine rote X klicke, kann ich diesen Trader natürlich hier aus meinem Portfolio entfernen. Ihr seht, ich habe es jetzt geklickt. Kommt nochmal der Warnhinweis, Achtung, willst du diesen Trader wirklich entfernen? Da klicke ich auf OK. Sollte dieser Trader natürlich zu diesem Zeitpunkt, wo ihr den entfernen wollt, natürlich noch eine Position offen haben, ist die natürlich auch bei euch im Portfolio offen, erscheint natürlich nochmal ein Warnhinweis, Achtung, dieser Trader hat eine Position offen, weil diese wird dann mit dem Entfernen des Traders aus dem Portfolio auch geschlossen. Muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, sowohl im Gewinn als natürlich auch im Verlust. Deshalb immer schauen, wann ein Trader, wenn ihr den tauschen möchtet, keine Position im Portfolio offen habt oder euch bewusst sein, dass diese Position dann beim Entfernen des Traders dementsprechend auch geschlossen wird. So, den Trader möchte ich entfernen, klicke jetzt auf OK und ihr seht schon, ist dieser Trader hier verschwunden und ihr habt natürlich dann Platz für einen neuen Trader, den ihr euch rausgesucht habt. Chance 2030 hat mich jetzt überzeugt, packe ich mir in mein Portfolio und ab diesem Zeitpunkt werden natürlich dann auch alle Handelssignale dieses Traders in eurem Portfolio mit übertragen. Also das geht hier sehr, sehr schnell. Aber als Portfolio Manager ist hier natürlich noch nicht Schluss. Ihr könnt nicht nur eure Trader austauschen, sondern ihr seht, wir haben hier oben auch noch so ein kleines Werkzeug-Icon. Das können wir einklicken und haben dann natürlich noch verschiedene Möglichkeiten. Wenn euch jetzt ein Trader besonders überzeugt habt, könnt ihr diesen Trader natürlich auch mehr Kapital, jetzt ist es ja natürlich 1 zu 5 aufgesplittet, wenn ihr sagt, der Trader, der ist so super, dem möchte ich ein bisschen mehr Kapital als den anderen zur Verfügung stellen, überhaupt kein Problem. Ihr habt hier einen Drehschieber, könnt ihr das Ganze dementsprechend einstellen. Und ihr habt noch des Weiteren die Möglichkeit, dass ihr hier Einzelwerte einstellen könnt. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel alle Titel, die dieser Trader handelt. Jetzt mag der eine oder andere sein, naja, mit Devisen, da habe ich eigentlich nichts am Hut. Das passt eigentlich nicht so in meinen Anlagehorizont. US-Dollar, Kanada-Dollar, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Möchte ich eigentlich nicht, dass der bei mir gehandelt wird. Auch kein Problem. Ihr könnt diesen Drehschieber hier einfach auf 0 setzen und dementsprechend wird er nicht gehandelt. Obwohl der Trader in seinem Portfolio natürlich eine Position eröffnet, würde die in dem Fall in eurem Portfolio nicht eröffnet werden. Weil ihr für diesen Trader im US-Dollar, Kanada-Dollar hier einfach kein Kapital mehr zur Verfügung gestellt habt. Genauso könntet ihr natürlich auch sagen, Mensch, der Trader, der war aber super erfolgreich bei seinen Goldtrades. Die hat er ja fast alle in den Gewinn gefahren. Da möchte ich doch mal, dass der mit ein bisschen mehr Kapital hier am Markt agiert. Im Rohstoffgold könnt ihr natürlich genauso machen. Und so könnt ihr natürlich hier doppelt diversifizieren, nenne ich das. Das heißt, ihr könnt einmal natürlich euer Risiko, euer Kapital auf mehrere Trader streuen. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich diese Trader auch in unterschiedlichen Märkten handeln lassen. Es macht natürlich keinen Sinn, fünf Trader auszunehmen, die alle fünf nur in DAX unterwegs sind. Sondern nach Möglichkeit sollte man sich fünf Trader auswählen, die auch noch in unterschiedlichen Märkten erfolgreich unterwegs sind. Somit habt ihr einmal das Risiko auf die Trader gestreut. Und dann habt ihr euer Risiko des Weiteren noch einmal auf unterschiedliche Märkte gestreut. Und damit habt ihr natürlich ein sehr, sehr schönes Portfolio, das ihr euch hier, wie gesagt, zusammengestellt habt. Wenn ihr eure Einstellung getroffen habt, und das könnt ihr natürlich auch bei den Einzelwerten für jeden anderen Trader machen, wie gesagt, das Ganze bestätigen. Und schon geht es los. Wie gesagt, könnt ihr auf dem Demokonto testen. Einfach hier kurz anmelden. Alles, was ich euch bis jetzt gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch ohne Anmeldung euch anschauen. Demokonto einfach mal das Ganze angucken. Sich überzeugen lassen, dass das funktioniert. Sich hier wirklich anhand des Track Records gute Trader heraussuchen, die in euren Anlagehorizont passen. Ich empfehle natürlich immer, Trader anzunehmen, die am dritten, vierten, fünften Karrierelevel sind. Die einfach hier schon mal ein halbes Jahr und länger unter Beweis gestellt haben, dass sie erfolgreich an den Märkten agieren. Gerne natürlich dann auch immer Real Money Trader. Die sind mit ihrem eigenen Geld unterwegs, da sind sie natürlich besonders vorsichtig. Ja, und dann funktioniert das hier auch so, dass ihr als Follower die Möglichkeit habt, euch ein eigenes Portfolio an Top-Tradern zusammenzustellen und dementsprechend zu agieren. So, das soll es an meiner Stelle hier auch schon gewesen sein. Ich sehe, hier sind schon einige Fragen mit drin. Ich denke mal, die interessieren alle. Der Thomas hat uns gleich hier zum Anfang eine Frage gestellt und die schauen wir uns jetzt einfach nochmal an. Vielleicht habe ich ja einige hier schon im Rahmen meines kleinen Webinars erörtert, aber auf die anderen gehe ich natürlich gerne ein. Wenn ich zum Beispiel mit 1.000 Euro Kapital beginne und fünf Top-Trader auswähle, kann meines Wissens jeder Einzelne mit 250 Euro handeln. Wenn jetzt ein Top-Trader eine Position kauft, kauft er diese für 250 Euro. Und wenn er eine zweite kauft, mit welchem Geld kauft er diese, es dürfte ihm ja kein Kapital mehr zur Verfügung stehen. Ja, also das ist genau das Beispiel, was ich angesprochen habe. Mit 5.000 Euro machen wir es jetzt mal mit 1.000 Euro. 1.000 durch 5 sind natürlich die 200 Euro. Das heißt, jedem Trader werden praktisch 200 Euro Kapital zur Verfügung gestellt. Die werden natürlich nicht alle für einen Trade hier eröffnet, sondern prozentual wird das Ganze auch nur runtergerechnet. Nicht also 200 Euro hier komplett im DAX investiert, sondern dem Trader stehen praktisch insgesamt nur 200 Euro zur Verfügung. Und die werden prozentual auf sein Konto angerechnet. Das heißt, er hat natürlich danach auch noch Kapital. Also nehmen wir mal an, hier gehen jetzt nur 50 Euro umgerechnet in den DAX, damit er danach noch Kapital hat, um den Euro-US-Dollar zu handeln und sonstiges. Das heißt, entsprechend werden diese 200 Euro als Gesamtkapital angesehen und prozentual investiert der Trader auf seinem Portfolio ja auch nur, nehmen wir mal an, 0,5 oder 1% seines Gesamtkapitals. Und genau dieser eine Prozent, den der Top-Trader in seinem Portfolio investiert, wird dann praktisch auch nur von diesen 200 Euro in dem Markt, in dem dieser Trader unterwegs ist, dann investiert. Das heißt, er hat natürlich die Möglichkeit, hier in mehreren Titeln unterwegs zu sein und dementsprechend auch nicht mehr als diese 200 Euro zu handeln. So, die Stefanie, die hat noch eine Frage. Gilt das für das erste Jahr oder auch die folgenden Jahre? Ich meine, verliert man den Status auch wieder? Nein, natürlich, wenn ihr euch ins fünfte Karriere-Level hochgearbeitet habt, dann bleibt ihr natürlich hier im fünften Karriere-Level. Ihr müsst halt nur darauf achten, auf dem Weg in den Trader Olymp dürft ihr halt das Drawdown hier von 25% nicht überschreiten. Ansonsten ist in dem jeweiligen Level hier für euch halt Schluss. Habt ihr einmal das fünfte Karriere-Level erhalten, behaltet ihr natürlich auch den Status dieses fünften Karriere-Levels. Natürlich muss dann die Performance auch überzeugen. Das heißt, wir haben ein, zwei Trader mit bei, die es im fünfte Level geschafft haben, aber in diesem Jahr nicht ganz so gut mit dabei sind. Ja, und dementsprechend werden sich natürlich die Follower dann auch vielleicht andere Trader aussuchen, die eine deutlich bessere Performance hier an den Tag legen. Das heißt, ihr müsst natürlich nicht nur mit eurem Karriere-Level überzeugen, sondern mit einer entsprechenden Performance, mit einem entsprechenden niedrigen Drawdown und einer geringen Volatilität. Und dementsprechend so eure Follower generieren am Anfang und natürlich dann auch behalten, weil ich habe es euch ja gezeigt, hier kann man natürlich auch ganz schnell mal einen Trader auswechseln. Wenn man nicht mehr zufrieden ist oder ein neuer, besserer Trader mit dazukommt, ist das natürlich hier ganz einfach. So, die Stefanie hat noch eine weite Frage. Wann wird das Feature-Portfolios anderer Follower kommen? Ja, das haben wir ja schon länger mit drin. Wir haben das ja hier oben im Bereich Top-Trader finden. Da haben wir uns ja eben diese Portfolios, dieser Top-Trader angeschaut und hier gibt es noch Portfolios anderer Follower. Ist immer noch in der Arbeit, wir arbeiten da immer noch dran, dementsprechend euch dieses Feature zur Verfügung zu stellen. Sobald wir das haben, werdet ihr aber auch per Mail benachrichtigt, beziehungsweise werde ich euch im Rahmen dieser Webinare hier auch das Ganze dann zur Verfügung stellen. Wird auf jeden Fall in diesem Jahr dann noch kommen. Das heißt, dann habt ihr natürlich die ganz einfache Möglichkeit, müsst euch gar nicht die Arbeit machen, euch selber die Top-Trader herauszusuchen, sondern aus anderen Followers, die sich die entsprechenden Portfolios zusammengestellt haben, habt ihr dann die Möglichkeit, einfach dieses komplette Portfolio zu kopieren und hat natürlich auch den großen Vorteil, ihr könnt jetzt als Follower auch noch zusätzlich Geld mitverdienen, weil wenn ihr euch ein Top-Folio an Top-Tradern zusammenstellt und dementsprechend eine tolle Performance habt und jetzt ein anderer Follower sagt, Mensch, das Portfolio zum Beispiel von der Stefanie, das sieht ja super aus, die hat ja wirklich ein Händchen dafür, sich die Top-Trader auszuwählen, optimal. Wenn das jetzt praktisch auch einer kopiert, ist das ähnlich wie bei den Tradern, habt ihr auch die Möglichkeit, zusätzlich noch Geld zu verdienen, kommt auf jeden Fall in diesem Jahr noch, werden wir euch dementsprechend dann auch investieren. So, der Claude hat noch eine Frage, ist es auch möglich, auch die verschiedenen, zum Beispiel 5-Trader unterschiedlich am eingesetzten Kapital zu partizipieren? Ja, das hatte ich ja angezeigt, ihr habt die Möglichkeit, diesen Tradern hier über die Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlich viel Kapital zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, der Risse, der ist so ein Fuchs, der ist so gewieft am Markt, ich stelle dem hier deutlich mehr Kapital, zum Beispiel auch 90% meines Gesamtkapitals hier zur Verfügung. Wenn ich sage, nee, der soll hier ruhig mit 4.500 Euro handeln und die anderen Trader kriegen alle nur 100er, habt ihr da auch die Möglichkeit, je nachdem, wie ihr da partizipieren möchtet, oder könnt einfach sagen, so von meinen 5.000 Euro stelle ich 2.500 Euro dem Risse zur Verfügung, mit den anderen 2.500, die splitte ich auf meine anderen 4 Trader. Da habt ihr also auch sehr viele Möglichkeiten, das dementsprechend zu machen. Müsst natürlich auch immer darauf achten, auch wenn ihr zum Beispiel einzelne Titel entfernt, verfälscht das natürlich das Ergebnis der Performance eurer Top-Trader. Deshalb empfehle ich natürlich immer, die so mal arbeiten zu lassen. Deshalb schaut ihr euch den Tracking-Code entsprechend an, ob die wirklich gute Arbeit machen und dementsprechend können die das dann entsprechend auch abarbeiten. So, eine weitere Frage, kann ich auch mein Risiko individuell, gesamthaft und auch in den einzelnen Trader aufteilen? Haben wir natürlich auch dementsprechend die Möglichkeit, das Risiko so gering wie möglich zu halten, bei den einzelnen Trader einfach, indem ich dann das entsprechende Kapital erstmal auf viele Trader aufsplitte, dementsprechend diese einzelnen Trader mit dem zur Verfügung stehenden Kapital oder in den Märkten nochmal reglementiere. Also da habt ihr wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ihr agiert hier wirklich als Portfolio-Manager. So, eine weitere Frage angenommen. Ich habe ein Live-Portfolio und erstelle ein neues Portfolio. Wird das dann direkt ausgeführt? Ja, ihr habt natürlich klar auch die Möglichkeit, sowohl als Trader hier mehrere Portfolios zu haben, als natürlich auch als Follower. Könnt das Ganze parallel auf dem Demo-Konto und im Live-Konto oder im Live-Portfolio hier machen? Habt die Möglichkeit, mehrere auszuführen können? Dann zum Beispiel auch später mit der Funktion. Das heißt, einmal habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt selber Trader und Follower sein. Das heißt, ihr könnt euren eigenen Handelssignalen folgen, indem ihr einmal hier tradet und dementsprechend einmal als Follower unterwegs seid und euch natürlich kopiert. Hat natürlich den Vorteil, ihr verdient an euch selber nochmal Geld, wenn ihr dementsprechend hier agiert. Also da besteht die Möglichkeit und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, als Follower von anderen Followern dann zu partizipieren. Könnt euer eigenes Portfolio dann auch kopieren. Das heißt, die Trades, die auf eurem Portfolio 1 ausgeführt werden, werden natürlich dann auch auf dem Portfolio 2 mit ausgeführt. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ihr euch dementsprechend dann hier einstellen könnt. So, der Klaus hat noch eine Frage. Wenn ich von 5 auf 4 Trader reduziere, wird dann automatisch bei den verbleibenden Tradern aufgestockt. Ja, genau richtig. Das heißt, die übrigen 1.000 Euro, bleiben wir jetzt mal bei unserem 5.000 Euro Beispiel, werden dann zu 250 Euro auf die anderen Trader mit aufgesplittet. Das heißt, jeder hat dann im Endeffekt 1.250 Euro zur Verfügung. Und wenn ihr dementsprechend wieder einen fünften Trader mit dazu nehmt, dann werden praktisch diese 250 Euro von den anderen Trader runtergenommen und dem fünften Trader dann praktisch wieder eure 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Also das funktioniert dann im Hintergrund komplett automatisch. So, ja, die Frage von der Stefanie hatte ich, oder schaltet man zwischen den Portfolios hin und her? Nein, ihr habt ein Portfolio, da kann man dementsprechend das Ganze machen. So, der Peter hat eine Frage. Hallo, ich handel selber am Trade Hub Live. Lassen sich meine Trades dort mit der Trading-Karriere verknüpfen oder muss ich die Trades parallel, ich will meine Top-Trader eingeben? Nein, die lassen sich natürlich miteinander verknüpfen. Das ist das Webinar, da müsst ihr mal, glaube ich, am 28. mit reinschauen. Da erkläre ich unseren Trade Hub und natürlich auch die Verknüpfung. Das heißt, ihr müsst nicht die Signale hier doppelt mit eingeben, sondern da erstellen wir eine ganz normale Verknüpfung zwischen eurem Trade Hub, den ich euch am 28. im Real Money Trader Webinar noch mal vorstelle, also unsere Handelsplattform für unsere Top-Trader. Und die werden natürlich auch automatisch synchronisiert hier bei euch in der Trading-Karriere und dann natürlich auch synchronisiert mit den Followern, die ihr dann hier dementsprechend mit habt. Also da muss man nicht doppelt agieren. Das kann ich euch gerne im Real Money Trader Webinar erklären. Und da müsst ihr mal bei Wissen hier oben nachschauen. Gucken wir mal ganz kurz, wann wir da dementsprechend hier unser Webinar mit haben. Und da sehen wir es hier. Wo ist denn jetzt der Bereich? Wissen. Ach so, das ist auf der ersten Startseite mit. Schaut mal einfach rein, wann dementsprechend da das Webinar ist und dann könnt ihr da dementsprechend agieren. So, jetzt gucke ich mal nach den anderen Fragen. Danke übrigens für die Antworten. Gibt es auch ein Top-Händchen zu haben, sich Klamotten auszuwählen? Nee, gibt es leider hier nicht. So, das sollte es soweit gewesen sein. Ich darf mich an der Stelle hier für eure Aufmerksamkeit und die Fragen bedanken. Hoffe, es war interessant. Testet das Ganze einfach mal hier mit einem Demokonto. Schaut euch das an. Stellt euch einfach ein Portfolio an Top-Tradern zusammen. Nehmt euch da als Follower ruhig Zeit, dementsprechend hier wirklich mal die Track-Records mit durchzuschauen. Wer passt hier wirklich von seinen Ergebnissen so in meinen persönlichen Anlagehorizont? Ja, freue mich natürlich auch, den einen oder anderen neuen Top-Trader hier bei uns begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg hier im Rahmen der Training-Karriere. Immer dran denken, durch geschicktes Risk- und Money-Management, das Risiko so gering wie möglich zu halten, die Drawdown-Phasen so gering wie möglich zu halten und natürlich dabei eine schöne Performance zu erzielen. Viel Erfolg dabei. Ich freue mich natürlich, den einen oder anderen, wie gesagt, Top-Trader begrüßen zu dürfen und natürlich den Followern hier viel Spaß beim Testen des Ganzen. Und wenn es noch Fragen beim Testen gibt, schaut einfach beim nächsten Mal wieder mit rein. Ich bin am Montag wieder on Air. Da machen wir unseren Marktausblick um 18 Uhr für die kommende Woche. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten und Schadtechnik auf Zuruf. Was euch interessiert, könnt ihr gerne mit reinschauen. Und ansonsten, wie gesagt, schaut bei dem Real-Money- und Trader-Seminar mit rein. Da erkläre ich euch nochmal, wie auch die Träteingabe funktioniert über unseren Ayondo-Markets-Trade-Hub, wie die Synchronisation zu den Handelskonten funktioniert. Und wie gesagt, ansonsten haben wir hier ein reges Angebot an Webinaren. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir hier rege Teilnehmer bei euch haben. In dem Sinne wünsche ich allen schon mal vorab ein schönes Wochenende. Das Wetter soll ja toll werden und freue mich, euch, wie gesagt, auch beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne allen einen schönen Abend. Dankeschön.